So, hoch zum Kraftwerk. Machen wir schnell, unsere Nute brauchen uns. Noch irgendwer hier draußen? Und natürlich noch der große Freelance Gamers Stromspartipp, falls ihr einen größeren Garten habt, stellt euch doch einfach ein kleines BD-Kraftwerk in den Garten, gesponsort von Nott. Auch in den Nachtbärnen werden euch beneiden. Hahaha! Scheiße! Brauch ich den gespeichert? Nein! Okay, willkommen zurück. Machen wir das ganze also einmal im Schnelldurchlauf. Im Schnelldurchlauf. Schnelldurchlauf. Bitte. Vor ihnen auf der Straße fährt der Nott-Konvoi Helmut. Können Sie ein paar Raketen abwerfen lassen? Werde wohl mehr davon brauchen. Höhe von 3. Höhe von 3. Schnelldurchlauf. Die Schmerzermunition ist unterwegs So, jetzt gehts aufs Mall oben Wir haben noch keine Zeit man Ja hier, friss Blei Keine Zeit man Hier haben wir alles sauber ja Alles klar weiter Schnell 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 Ach Das ist immer Rambazamba Ich hab keinen Bock auf dich Ah So, wir Offizier Ach, ist mir das peinlich Muss alles nochmal spielen So peinlich So, Ruhe, Mann Bleib tot Hier sieht alles sauber aus Einsatzziel gesichert, Herr Wok Gut gemacht Sehr schön Da, Panzer Ich spür's Die Satellitenaufklärung zeigt Dass sich eine weitere Flaratstellung in der Gegend befindet Achten Sie auch auf Ingeniöre, die sie reparieren Jaaa... Flaratstellung vernichtet Eine Flaratstellung ausgeschaltet Die Liefer zeigt noch zwei weitere an Gute Arbeit Oh, so kann ich verstecken und das tut Jungs, ja macht das ne Das mach ich jetzt mal häufiger Ah Es gibt Kette Kette Ja, Arminenstellung, schön, Soldat Dauerfeuer Jaaa, ist okay Verschwinde Basuka Joe Platt Nehmen wir den ganzen Scheiß von Feuer Ähm, mit Ballern, 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 ballern Ballern, ballern Ballern, ballern Wir sind gleich wieder am Stand Die Brücke wird von Flaratstellungen flackiert Solange sie nicht ausgeschaltet sind Können wir uns nicht in die Nähe wagen Die Brücke wird von einem einzigen Panzer flackiert Von mir Flaratstellung vernichtet Mir Schnauze da oben Weg mit dir Immer wieder eine Freude Ihnen bei der Arbeit zuzusehen ever Weg damit, Mann Weg damit, Mann Maaaann Niemand liebt dich Die Satellitenabklärung zeigt, dass sie... Er spricht sie einfach nie aus Er stört Er stört Achso, hier Wie soll ich da rüber kommen Wie soll ich da rüber kommen? Hevok Die Satellitenaufklärung von Eva zeigt an, dass es einen Aufzug gibt, der auf der Seite des Dams in das Kraftwerk führt Das war's, was ich wissen musste Danke, Lau Knips, Knips Weg seid ihr... Hier vorne muss irgendwann ein Offizier Ich finde, bald hier gefunden habe, gehe ich runter Sobald er stehen bleibt, gehe ich runter Der Nordobelisk wird von innen repariert Daher ist eine Zerstörung von außen nicht möglich Ach... Euer Kram... Ihr macht das schon So, wir sind auf dem Damm Sichern Abwärts Ja, los, tut mir leid Ich hab's Termine Dringende Termine Sie haben es nach innen geschafft Laut der Analyse von Eva steuert die Hauptkontrollstation Das große Uwe Hangar-Tot Sollen Sie das Schaltboot und zerstören Sie es Hier Ja schon Geschafft Das Hangar-Tot sollte jetzt offen sein Nachladen, immer nachladen runter Du hast keine Hilfe mehr verdient Nimm ihn in die Bude Marschloch Speichern Weiter Bleinkopf Weiter Da Rostrum Die nehm ich Luft Meine Freunde werden nach und nahe zu Grillspießen verarbeitet Na komm, fahr runter Nein, nicht, lass auf Ja, ich pass doch auf So einmal Ums Kraftwerk rum, damit hier keine Gäste von außen rein gestorben kommen Die uns hinterrücklich zum Platz machen könnten Zigarettenpause ist vorbei Alles klar Gut. Hier ist die Polizei. Schwatterhand. Das läuft doch schon wesentlich besser als beim ersten Mal. So, willkommen zurück im Kraftwerk. Ganz offiziell. So, abwärts. Nachladen. Uiuiuiui. So, jagen wir das Ding in die Luft. Das seh ich ganz genau aus. Rüstung, Munition. Da unten gibt es nix tolles aus einer glitzernden Schalltafel. Da geht's. Speichern. Speichern. Speichern ist super allgemein. Ein Feature, was ich bei neueren Spielen sehr vermisse. Ja, aber schwerlich nicht. Entsaftet. Falls ihr euch demnächst ein Kraftwerk in den Garten leidet. Achtet darauf, dass irgendwelche militanten... ...Antisekten-Spinner... ...euch auftauchen. ...und das Ding in die Luft jagen. ...und das Ding in die Luft jagen. Wer ärgerlich für die Investition. Ist ja auch sicher nicht ganz billig. Am Anfang. Hat der Spattestruf. Ja, es war klar, dass wir jetzt irgendwas entgegenwerfen haben. Ich kümmer mich aber nicht so um die Brune. Ist nicht wichtig. Wie wichtig ist das hier? Ist doch gut, komm. So. Da ich heute leider noch... ...in die Spiel tüchten muss, wird es hier leider nur ein... ...kurze Aufnahmesession. Eine Dreiviertelstunde müssen leider genügend dafür. Aber das kann man ja auch mal machen. Ha. Ich hab's schon wieder getan. Entschuldigung. Das speichern wir doch gleich mal. So, lass mich mal rein. Hm. Mal Schmelzwasser. Ah, ich denke mal die Einschienenbahn kann ich vergessen. Da, Upgrades. Gesundheit. Rüstung. Der Rest brauche ich nicht. Weil jetzt wurde ja alles aufgeladen. Sehr schön. Nachladen. Speichern. Weiter. Wer legt hier eigentlich den ganzen Tunnelboden mit Metallgätern aus? Wozu denn das Ganze? Ich meine, es wäre vielleicht ein bisschen feucht, aber... Wir können ja auch aufpassen, wenn man hinterher tritt. Was haben wir hier noch? Ah. Peng, peng, peng. Ja, das sieht auch noch gar nicht mal so schlecht aus hier. Auch für die... heutige Zeit noch. Manche Spiele, Alter, gut. Manche Spiele, Alter, gut. Immer mal fleißig auf die Erdhausse Himmel. Immer mal fleißig nachladen. Das lag jetzt sicherlich ohne Grund da, der Offizier. Kopfschuss. Ja, beschwert euch, du. Eine neue Offizierspost ist frei geworden. Ihr könnt mehr verdienen. Bewerbt euch jetzt darum. Wird wirklich begeistert? Was ist los? So, was haben wir hier oben? Na... Vorrütig. Wozu ist dieses Tor hier gut? Ich meine, das ist das Eis. Man kann ja nicht drauf fahren. Schiffe können auch nicht kommen. Na, wahrscheinlich für die einen Schienenwagen, aber... ich sehe... keine Schiene.